Hallo, ich grüße dich. Du hast dich vor kurzem oder auch schon vor längerer Zeit für diesen Online-Kurs angemeldet. Und ich hoffe, du bist auch tiefer eingestiegen, denn ich will dir die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und es gibt auch welche, die haben nicht nur diesen Kurs gemacht, sondern die haben sogar die Aufbaumodule gemacht. Auch für euch gilt das Angebot, Fragen zu stellen. Wir werden uns wann treffen? Wir treffen uns am 29. Dezember, das ist Dienstag, um 16 Uhr. Und wie gesagt, bringt eure Fragen mit. Wir werden auch die Gelegenheit, oder ihr werdet auch die Gelegenheit haben, euch zu vernetzen. Denn der eine oder andere sucht vielleicht einen Übungspartner. Und das ist auch die optimale Gelegenheit, dass ihr euch untereinander vernetzt, Termine ausmacht, um zu üben und zu üben. Denn die meisten haben schon gemerkt, The Work will gelebt werden, will tagtäglich oder regelmäßig praktiziert werden, um den Verstand einfach offen zu halten. Um ein Open Mind, ein Open Heart und auch ein Open Will zu haben. Und das ist besonders in diesen Zeiten von Lockdown besonders wichtig. Deshalb seid mit dabei am Dienstag, den 29. um 16 Uhr. Ich schicke euch den Link, den Zoom-Link und freue mich, wenn ihr, wenn du mit dabei bist. Ciao, bis dann.